Ladies and Gentlemen, Kolke Gaming Presence, Adventskalender 2021. Und hier ist Ihr Moderator, Luca. Hallo, hallo, Leute, Ihr wieder zu da seid im Freitag von der Letzte, Länder 2021, Tüchen Nummer 14. Aber unser Fall, Tüchen? Tüchen? Wie soll das? Hast du Pipi zuerst? Nein. Nein? Okay. Hör auf! Okay, ich hör auf. Moinsen zusammen. Schön, dass ihr dabei seid. Moinsen, Deutschen! Dass ihr dabei seid. Ja, der Luca moderiert jetzt hier alles. Ich baue nur noch, würde ich sagen. Ja. Und jetzt gucken wir mal, was in Tüchen ist. Ja. Von daher, viel Spaß. Los geht's. Ich mache euch schon mal die Cam wieder unten an, so wie ihr es ja gewohnt seid. Fupp. Da ist er. Da ist er. Und dann wollen wir noch mal schauen, was uns der Adventskalender heute rausschmeißt. Bauanleitung ist auch auf. So. Hopp. Und dann gucken wir jetzt mal. Ui, 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 ui. Nicht so, nicht so, nicht so, nicht da ziehen. Oh. Ui, 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 ui. Ui, 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 ui. Ich gebe sie dir. Obwohl, wir gehen mal heute die hier. Wir wollen mal gucken, ob das damit genauso gut geht. Okay? Ja, die ist tätig, tut. Ja. Wir nehmen heute mal die. Und denkt dran. Kein. Das ist kein. Spielzeug. Spielzeug. Genau, das ist kein Spielzeug. Riechst du das? Ich esse noch. Wir essen gleich, ne? Was gibt's denn heute für dich? Was kriegst du denn gleich? Tunfisch. Mit Mama. Tunfisch mit Mama? Ja, ich esse mit Mama. Also, ich krieg Pizza Hawaii. Und du kriegst Tunfisch mit Mama. Ich esse mit Mama. Oder kriegst du eine Tunfisch-Pizza? Ja. Nee, dann sagt das doch. Und ich tun Fisch mit Mama. Ein neues Gericht, oder was? Groß. Ja, du bist einfach zu groß. Wir haben gleich da. Besser, ne? Papa hat mal einen Zentimeter tiefer gemacht. Den Stuhl. Nicht so schreien. Das tut den Leuten weh im Ohr. Ja, in meinem Ohr auch, aber in dem hier. Du sitzt ja direkt neben mir. So, also, ein Teil. Da haben wir. Nein, Spaß, Leute. Doch. Wir müssen noch eins rausbreiten, schneiden. So, welche Nummer ist denn das? Die Scheihe 70. A oder B? A. A. Ich weiß wo. Ja? Hast du schon wieder davor gehangen und geguckt? Nee, ich tut. Ah, so, der Futter da. Da? Okay. Dann nimm du mal die Zange. So, einfach so. Ähm, am besten einmal andersrum. Genau. Bisschen teurer. So. Und schnipp, schnapp. Ab. So. Und jetzt nochmal umdrehen. Also, so ruhig so lassen. Äh, 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 ne. Oh. Was habe ich jetzt Glück gehabt? Ich habe gedacht, du hast da zu hoch geknipst. Oh, der Kerl macht mich fertig. Der macht mich fertig. So. Das ist kein Spielzeug. Das hängen wir direkt wieder weg. Ja, ich sehe gut aus. Können wir mal sagen, was das soll? Warte. Warum du mich haust? Nein! Nein. So. Jetzt müssen wir mal gucken, wo kommt denn da dran? Ach, der kommt von innen auch noch dran. Ah, super. Ah, ja. Ja, denn? Ah, ja. Ernsthaft jetzt? Ja. Ernsthaft, ernsthaft? Ja. Oh mein Gott. Aber wir sind hier. Ja, aber ernsthaft, ernsthaft? Ja. Das ist aber ein... Deiche. Oder? Ja, das ist der Deiche. So, jetzt muss der Papa rüber gucken, wie rum. Ah, so rum. Aber wir machen die Nummer 7. Ja, jetzt aufpassen, nicht über Kreuzchen gehen. Nummer 15. Jetzt ist... Aber, sag mal. Was labe ich? Weiß ich nicht. Und deine Haare muss ich mal wieder nähen. Ich muss meine Haare nähen? Gut. Du warst so aus. Du meinst schneiden? Ja. Ich war erst beim Friseur. Sag mal, was soll denn das jetzt hier? Sag mal, wie meine aussieht. Ja. Wer muss von uns beiden mal zum Friseur, hä? Jetzt mal ernsthaft. Der gnädige Herr. Ich glaube, ich spinne hier. Ja. Ich muss nicht zum Friseur. Doch, oder? Ich war erst. Moment. So, pass auf. Jetzt, 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 also, ich werde nicht mehr. Das gibt es ja wohl nicht. Ich muss zum Friseur? Ja. Das gucken wir uns doch jetzt mal an, dass ich zum Friseur muss. Moment. Ihr seht das Bild jetzt, ja? Sehr gut. So. Moment. So. Also, ich glaube es ja wohl nicht. Ich muss zum Friseur. So. Moment. Das haben wir gleich. Ich mache euch jetzt ein Video auf, was ihr ja schon kennt. Und dann, kann der Luca jetzt mal gucken, ob ich zum Friseur muss. Hallo, YouTube. Schön, dass ihr da seid. Und jetzt da. Jetzt guckt mal bitte. Wir haben heute den ersten. Muss zwölften. Ich such das jetzt. 2021. Es ist wieder ein Jahr her. Es ist wieder ein Jahr um. Und es ist wieder Zeit für den Adventskalender. Und bein ist Weihnachten, Leute. Ja, so sieht es aus. Heute und die ganze Zeit bei dem Adventskalender dabei ist der Luca. Okay. Er hat sich das gewünscht, dieses Jahr mit dabei zu sein. Zwischendurch habt ihr ihn ja letztes Jahr... Ich fass es nicht. Ich fass es einfach nicht. Du warst aber hässlich. Und ich war aber beim Friseur. Nein, du warst hier. Ja, bei der Mama. Mama ist mein Friseur. Nein. Doch? Nein. Mama hat mir die Haare geschnitten. Oh, Mann. Mit dem Elektroschneider. Ich labere einfach noch weiter. Das war ja ganz schön frech heute. So. Aber ihr könnt ja mal gerne in die Kommentare schreiben, denn ihr habt es ja da unten gesehen, das Video. Da hatte ich die Haare noch bis da. Jetzt sind sie weiter runter. Wir haben das Teilchen hier zusammengebaut. So ist es. Jetzt fertig. Die Löcher sind weg. Und eins gibt es aber noch zu sagen. Und das wäre... Was, Luca? Weißt du nicht? Am Ende? Aber was sagen wir vorher und dem Ende noch? Da gibt es eine Taste, die noch gedrückt werden muss. Und dann taucht die immer da oben auf. So, jetzt noch mal langsam. Nicht so schnell. Alter, ein... Abbonieren... Drück die... Abbonieren... Und drück die Dorte, dann darfst du auch kein Video mehr verpassen. Genau. Und den Daumen nach oben. Und wir freuen uns auf eure Kommentare. Bis dahin. Wir sagen Tschüss. Bis morgen. Euer Kolke und... Luther. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Boom.